Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Liebe Freunde des gepflegten Dartsports, herzlich willkommen zu Behind the Board, der MyDartCoach-Spieler-Podcast. Hier findest du Erfahrungen aus erster Hand von der BDC-Bühne, der Pro-Tour über die Challenge-Tour bis hin zu der Development-Tour. Du erhältst exklusive Einblicke in den Darts-Zirkus, außerdem für dich spannende Geschichten, Anekdoten, Tipps und Tricks. Wer ist denn alles bei diesem Podcast dabei? Dabei ist natürlich Riccardo Pietrecco, unser Tour-Card-Holder, Felix Knappe, der jetzt die Challenge-Tour spielen wird und auch Louis Jansen, der den Dreierpack vollmacht mit der Development-Tour. Und die drei geben euch eigentlich alle Infos, die ihr so braucht, im Thema Dart, die großen Turniere, die kleinen Turniere, alles mögliche, auch die kleinen Lokal-Turniere. Zudem ist natürlich auch Micha dabei, Geschäftsführer, der auch so alles mögliche regelt und meine Wenigkeit, Leon, der sich so ein bisschen um die App kümmert. Aber wann kommt der Podcast eigentlich immer? Behind the Board findet ihr jeden zweiten Donnerstag auf allen herkömmlichen Plattformen und bis dahin wünschen wir euch Good Darts. Das war Behind the Board, der MyDartCoach-Spieler-Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der MyDartCoach-App.